So, willkommen zurück. Wir, das 3er Team, räumen da unten jetzt die Basis auf. Oh, guck mal, der geht gerade weg. Oh, es ist ja schön. Wo ist der Schatz? Okay, das machen wir ein anderem Mal. Ich glaube, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Oh, stirb endlich! Okay. Fängt ja gut an für unsere Kameraden. Ich hab freie Schussbahnen! Bin in Reichweite! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Stirb, du Sau! An die Wachen! Es gibt Jager! Dafür schlag ich sie tot! Okay. Rief ja nicht ganz so toll. Na gut, unsere jetzt toten Kameraden haben wir unsere Position voran. Das ist nicht so gut. Was machst du? Verdammt! Du bist kein schöner Anblick. Riechen, du Sau! Ich glaube die werden hier wohl gesehen. Ach je, liegen hier viele Leichen rum. Sooo, na, leg halt hin. So, ich hoffe das ist jetzt alles freigeräumt hier. Ah, da sitzt auch sie rum. Da sitzt er gerne rum. Hey, was? Du darfst nicht hier sein. Keine Sorge, wenn wir fertig sind, gibt es ein Idioten weniger auf der Welt. Finden die mich hier? Du hättest nicht herkommen sollen. Das ist auch. Okay. Okay. Moni ist voll. Oh. Hey. Hey. Komm her, da war nix. Schnell weglegen. Hm? Hm? Ich wünschte mir die Leiter mit hochnehmen. Oder so. So wie geht's auch. Oh. 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 Yours? Hey. Oh, Oh. Ah! Hey! Okay, man kann da noch reinspringen, das ist ja cool. Aufladen. Aufladen. Und Level Up, cool. Also ich muss mich jetzt fragen, wo es da eine dicke Sonder hier war. Oh. 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 Luftangriff. Was haben wir hier? Zwei Nahkampfwaffen brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Erhöht den Schaden alter einer Nahkampfwaffe. Schwierigkeiten können mehrmals erlangt werden. Führen Adrenalin. Wildstrom Nahkampfbeute. Okay. Jetzt ist es nicht so ein Verhochleistungskombo. Ultra Höchstleistung. Hochleistungskettenwurf. Hochleistungs-EP. Also müssen wir auf jeden Fall Waffenträger machen. So und dann haben wir das Angriff Stu. Falte noch in den leichten Angriff. RB gedrückt um ein Stoß-Kombo vorzuführen. Okay. Okay. Dann noch Höchstleistungsfähigkeit. Das könnte man eigentlich schon noch machen. Wie viel haben wir noch? Zwei Punkte. Adrenalin. Zubehörn. Komplexe und Hälfte gefüllt. Dann machen wir lieber das mit dem Sprung noch. Du bist zurück. Na sieh mal einer an. Du hast verschwiegen, dass deine Kunden Banditen waren. War mir entfallen. Hm. Hm. Besser als meins. Sagtest du nicht, das wäre deins? Äh. Ja. Ja, das ist es auch. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Aha. Hm. 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 Ah. Hm. 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 Nicht nur meine Worte auf deine Ohren. Tausendfach versprochen. Ich habe keinen Grund, dich zu täuschen. Stirb nicht da draußen. Sowas haben wir aber schon eingesammelt. So, du Arsch, ich nehme jetzt auch dein Pferd. Ja, und? Man kann nichts stehlen, was schon gestohlen wurde, Meret. Was hast du nur? Ich glaube, ich war noch hörende was. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Hier ist es ein Schiff. Du schon? Aber anscheinend nicht. Hey, was? So. so ab in die büsche kommt auch schon in der dicke 19 müssten wir eigentlich hinkriegen so auch in die büsche auch in die büsche und die büsche auch in die büsche Oh. 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 Okay, alle verbrannt. Hat keiner mitgekriegt. Okay, alle verbrannt. Keiner mehr da, ne? Ist das richtig? Und da drüben ist der andere Schatz. So, dann haben wir das auch abgeschlossen. So, wir müssen in die Berge. Hoch in den Bergen, zu den Zwergen. Komm, Plätze, wo bist du? Dann mal los. Wir haben hier aber keinen Aussichtspunkt nochmal, ne? Ja, ich glaube durch die Aussichtspunkte kann man das Sichtfeld immer von unserem Pigmas ein bisschen erweitern. Also steht zumindest immer da, äh, von wegen, ja, weil ich meine Aussicht weiter erhöht. Ach ja. Da kommt ein Sandsturm. Wo ist denn? Halt den Gegner auf! Ich muss weiter! Scheiße! Der Löpp ist tot! Der Löpp ist tot! Der Löpp ist tot! Erously, jetzt ist er. Töp! Komm, Sie sind tot! Was wollen die denn von mir? Ich koppel doch nur hier so durch. Boah, da ist eine ganze Wolfshöhle hier. Das ist auch noch ein Schatz. Hm. Wir sind ja nur auf. Das so gut ist, ich weiß es nicht. Wie jeden Bau. Das so gut ist. Das so gut ist. Das so gut ist.